Feuer! Eure Meinung? Ja, ist ja für Profis und für die Leute, die Feuerwerke schießen wollen, da draußen schön Fächer machen wollen. Wir schießen jetzt einzeln, ab und zu kommt mal ein Zweierfächer, einfach, dass ihr gucken könnt, welcher Effekt wird wie, auch einzeln. Die Nummer 10, Feuer! Eure Meinung? Die Nummer 11, Feuer! Eure Meinung? Super, dann spart ihr euch morgen den Weg ins Fitnessstudio. So, Zündung Nummer 12, Feuer! Eure Meinung? Eure Meinung? Eure Meinung? Was? Eure Meinung? Eure Meinung? Eure Meinung? Eure Tömer Eure Kone Eure Eure Meinung? Eure Nummer 17, Feuer. Eure Meinung? Der eine hebt doch die ganze Zeit da hoch. Es gibt nichts zu gewinnen. So, Nummer 18, Feuer. Willow auch genannt. Das werden wir nachher noch etwas größer sehen. Nummer 18, eure Meinung? Aha. So, Nummer 19, Blue. Schatten. Eure Meinung? Eure Meinung? Eure Meinung? Eure Meinung? Eure Meinung? Eure�ně? Eure bullish? Eure Meinung? Eure Meinung? Eure Ivy, Eurentheenenve nuovo?